Wer liebt es nicht? 10 Stunden Intro und dann kann man endlich losspielen. Okay, Spaß beiseite, ich bin DonF204 und 10 Stunden wird dieses Intro wahrscheinlich nicht, aber wir werden ein kleines Intro machen, eine kleine Zwischensequenz, wie auch immer und fangen damit auch fast direkt an. Beim letzten Mal hatten wir uns um Ereignisse bzw. Events gekümmert und ich sage es mal so, das wird uns auch die nächsten Videos verfolgen, das Thema, weil es ein ziemlich umfangreiches Thema ist und ich hatte ja bereits gesagt, dass alles womit wir interagieren können, alles was auf dem Bildschirm passiert, alles Interaktive, das sind alles Events und dementsprechend ist ein Intro bzw. eine Zwischensequenz natürlich auch ein Event und damit fangen wir jetzt eigentlich auch direkt an. Wir wollen, dass unser Held, also ich will, dass unser Held hier so den Weg entlang geht, auf das Schild guckt, kurz liest, dann eine kleine Glühbirne auf seinem Kopf aufploppt. Er sagt sowas wie, ja, hier sind wir richtig, lasst uns weitergehen und dann gehen sie hier weiter, verlassen die Map, kommen auf die neue Map, laufen hier lang und sprechen kurz die Oma an, die Frau, die junge Frau, die junge, die junge, hübsche Frau. So, und ich würde sagen, wir fangen an. Wir haben alles kurz durchgesprochen und fangen an. Das wird nicht sehr kompliziert, werdet ihr sehen. Zuallererst schieben wir erstmal den Helden an die Anfangsposition, das wäre in dem Fall hier und wir fangen an. Wir erstellen hier einfach irgendwo ein Event, ein Ereignis, wo wir Platz haben. Wir könnten es auch in die Ecke hier links unten packen oder hier hin packen. Es spielt keine Rolle, wir können es auch hier hin packen. Egal, wo wir es hin packen, es spielt eigentlich für uns jetzt gar keine Rolle. Ich packe es immer links oben hin, bestimmte Sequenzen, Videosequenzen, dann finde ich das immer ein bisschen schneller. Aber ihr habt es ja hier auch in der Event-Liste. Die gab es aber vor dem RPG Maker im Set nicht. Dementsprechend habe ich es immer links oben hingepackt und mich dann halt auch dran gewöhnt, um es schnell zu finden. So, wir doppelklicken ganz normal im Ereignis-Bearbeitungsmodus und haben hier dann den Ereignis-Editor. Den kennen wir ja bereits und damit werden wir weiterarbeiten. Im Namen tragen wir dann einfach sowas ein wie Zwischensequenz oder Intro oder irgendwas anderes. Wir nennen das Ganze jetzt Sequenz oder Szene. Szene 01. So nennen wir das Ganze Szene 01 oder halt Intro. Spielt ja keine Rolle. Und drücken auf Übernehmen erstmal und dann taucht das Ereignis hier auch sofort auf. Wunderbar. Grafik brauchen wir keine und die Einstellungen hier lassen wir erstmal alle komplett so. Hier oben machen wir auch erstmal gar nichts. Wir werden als allererstes uns um die Inhalte kümmern und das, da werden wir jetzt ein paar neue Sachen kennenlernen. Wir werden eigentlich in jedem Video jetzt, in jedem folgenden Video jetzt neue Sachen kennenlernen. Dementsprechend sollte das ja klar sein. Dazu sind wir ja hier. Und wir fangen auch direkt an. Doppelklicken auf die leere Zeile und dann gehen wir auf die zweite Seite und haben Bewegungsroute festlegen. Hier an dieser Stelle, ich hoffe ihr habt es gefunden, da klickt ihr einfach drauf und dann seid ihr in diesem wunderschönen neuen Fenster. Und scheinbar werden die Fenster immer größer und komplizierter gefühlt. Nein, Spaß beiseite. So kompliziert ist das am Ende nicht. So, hier können wir eine Bewegungsroute festlegen. Bewegungsfehler eingeben. Das bedeutet, wir können den Spieler, also die Spielfigur, hier oben steht Spieler, können wir auf eine beliebige Position gehen lassen und beliebige Dinge tun lassen. Zum Beispiel auch springen oder einfach an der Stelle warten, nicht bewegen. Dann halt in eine bestimmte Richtung laufen, irgendwo hindrehen kann man machen. Man kann hier wirklich alles mögliche ändern. Man kann auch ein Bild ändern, das ist auch ziemlich cool. Deckkraft ändern, wenn man, keine Ahnung, Geister darstellen will oder irgendwas. Also man kann hier Tempo ändern und so weiter und so fort. Man hat hier sehr viele Sachen zur Auswahl. Zum Beispiel auch zufälliges Bewegen. Da macht der Held einen zufälligen Schritt. Beziehungsweise das ausgewählte Ereignis. Wir können hier auch andere Ereignisse auswählen. Das machen wir dann aber erst später, aber auch noch in diesem Video. Wir kümmern uns erstmal nur um den Spieler. Der Spieler steht hier und soll ja zum Schild laufen. Kann ich jetzt schlecht zeigen, aber wenn ich auf Vorschau drücke, kann ich es auch ein bisschen zeigen. Er soll hier loslaufen und dann hier den Weg lang zum Schild und hochgucken. Das ist erstmal Step 1. Und dann soll er nach rechts wieder weglaufen. Aber das machen wir später. Also Step 1. Wir werden jetzt einfach mal nach rechts gehen. Zwei Felder. Denken wir, das haut hin. Wir klicken auf Vorschau. Und dann sehen wir hier blaue Punkte. Dann steht er an dieser Stelle. Dann gehen wir runter ein Feld und so weiter und so fort, bis wir hier an dem Schild sind. So, dann gehen wir einfach mal eins nach unten. Dann wieder zwei nach rechts. Haut das hin? Ja, dann haut es hin. Dann sind wir genau hier. Dann wieder eins nach unten und so weiter. Wieder eins nach unten. Eins, zwei oder wann, nicht sogar drei diesmal. Genau, drei und dann wieder nach unten. Nach unten und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ich habe jetzt einfach mal eine beliebige Zahl eingegeben und es haut nicht ganz hin. Es fehlen noch zwei, nicht schlimm. Und machen diese zwei auch noch rein. Und dazu haben wir die Vorschau, um zu sehen, ob wir an der richtigen Stelle stehen. Und dann sehen wir, der Held geht hier lang und kommt genau hier raus. Direkt vor dem Schild. Dann machen wir einfach ein nach oben drehen und dann dreht er sich nach oben zum Schild. Wunderbar. Nun haben wir hier unten noch Optionen. Bewegung wiederholen. Dann wird er, wenn die Bewegung komplett durchgelaufen ist, die Bewegung einfach wiederholen und fängt einfach mal wieder von vorne an. Das wollen wir aber nicht. Wir wollen keine Bewegung, die sich wiederholt. Wir wollen ja einfach nur einmal eine Bewegung durchlaufen lassen. Gut. Weiter, wenn Bewegung unmöglich. Das bedeutet, wenn irgendwo ein Event plötzlich im Weg steht, ein Ereignis oder irgendein Baum oder irgendwas, was wir vorher nicht irgendwie berücksichtigt haben, wird dieser Bewegungsbefehl übersprungen. Das soll aber natürlich definitiv nicht passieren. Weil wir wollen ja auch am Ende hier ankommen. Selbst wenn irgendwie ein Spieler sich irgendwie hier, ich meine ein anderer Charakter sich zufällig in unsere Bewegungslaufbahn bewegt, was natürlich eigentlich nicht passieren soll. Aber falls das zufällig passiert und er dann den Weg blockiert, dass nicht die nächsten Schritte alle übersprungen werden, weil die sind ja blockiert, sondern wir warten dann einfach ab, bis der wieder aus dem Weg geht und dann geht das wieder weiter. Also nur mal so erklärt grob, was dieses Weiter, wenn Bewegung unmöglich bedeutet. Das bedeutet einfach nur, dass dann einfach der Schritt übersprungen wird. Gut, warten auf Schluss machen wir. Damit wartet das Event, das Ereignis, bis die komplette Bewegungsroute durchgespielt wurde und dann wird erst der zweite Befehl, den wir jetzt einfügen, abgespielt. Der zweite Befehl wird etwas lustiger. Da werden wir eine kurze Animation bzw. eine Gedankenblase anzeigen. Ihr könnt auch natürlich Animationen anzeigen. Da habt ihr auch viele Möglichkeiten, aber wir machen jetzt eine Gedankenblase, drücken da drauf und dann haben wir hier, auf welchen Charakter das abgespielt werden soll, auf dem Spielercharakter. Dabei bleiben wir und machen bei Gedankenblase, haben wir hier sehr viele Optionen. Also man kann ja auch mal kurz mit den Pfeiltasten durchgehen und ihr seht, ich habe hier sehr viele Optionen. Wir machen ganz einfach die drei Punkte, das soll quasi jetzt für mich jetzt Lesen symbolisieren und machen Warten auf Schluss und dann warten wir aber noch ein bisschen länger. Wir warten noch mal ein ganz kleines bisschen länger. Also müssen wir noch mal irgendwas einfügen und das machen wir. Wir klicken hier doppelt drauf, wieder auf die leere Zeile und haben hier bei Timing auf der zweiten Seite ein Wartenbefehl. Dieser Wartenbefehl richtet sich nach Frames. Frames, Bilder auf gut Deutsch. Und das Spiel läuft mit 60 Frames pro Sekunde. Also 60 Bildern pro Sekunde. Das bedeutet, dass wenn wir hier eine 60 eingeben, dass das dann eine Sekunde in Echtzeit ist. Wir warten eine Sekunde. Ich denke mal, das wird eigentlich ziemlich genau hinhauen. Falls es zu kurz oder zu lang ist, können wir das auch immer noch dann verändern. Das ist alles kein Problem. Also wir drücken auf OK. Und wenn wir dann merken, oh doch ein bisschen kurz oder ein bisschen lang, dann gehen wir einfach drauf, rechtsklick, bearbeiten. Und dann können wir das Ganze wieder bearbeiten. Oder wir drücken die Leertaste. Dann können wir das auch nochmal bearbeiten. Also markieren das, drücken Leertaste, tragen eine andere Zahl ein. Zum Beispiel 120 für zwei Sekunden. Und dann übernehmen wir das Ganze. Gut. Danach tun wir wieder eine Gedankenblase abspielen. Gedankenblase anzeigen bzw. anzeigen und nicht abspielen. Egal. Spieler weiterhin. Und wir machen jetzt Glühbirne. Bing. Er hat im Grunde eine Idee oder bzw. ihm ist aufgefallen auf dem Schild, ja, wir sind hier richtig. Darauf wollen wir hinaus. Und spielen noch einen passenden Soundtrack dazu ab. Also Soundeffekt, Entschuldigung. Wir doppelklicken einfach drauf nochmal oder auf die leere Zeile darunter. Das spielt keine Rolle, in welcher Reihenfolge wir das machen. Ich mache es jetzt drüber. Spielt keine Rolle. Und machen Soundeffekt abspielt. Das ist auch auf der zweiten Seite. SE abspielen abgekürzt. Also SE steht für Soundeffekt. Ich kann es nochmal kurz erläutern. BGM ist Backgroundmusik, also Hintergrundmusik. BGS ist Backgroundsound, also Hintergrundsound. ME ist Musikeffekt und SE ist klar, sind Soundeffekte. Ihr könnt auch Filme abspielen, wenn ihr irgendwelche Videodateien habt. Empfehle ich aber nicht, weil dann wird euer Spiel wahrscheinlich immer größer und größer und größer und größer. Und das meiste könnt ihr auch so lösen. Ihr werdet sehen, ihr braucht nicht unbedingt Videos. Aber die Möglichkeit ist da. So, wir wollen SE abspielen, Soundeffekt abspielen. Und machen Bell 3. Ich hoffe, ihr könnt das jetzt hören. Ping. Und wir nehmen Bell 3, habe ich mir rausgesucht. Fand ich eigentlich ganz passend. Und übernehmen das Ganze. Nun, lassen wir den Spieler kurz was sagen. Wir machen Textanzeigen. Wählen das Porträt von unserem Aktor. Aktor, der hier. Oh, wie hieß denn der? Wright, glaube ich. Oh Gott, ich muss nochmal kurz gucken. Nach dem Namen steht in der Database drin. Wright, genau. Hier ist er. Wright heißt unser Lieblingsheld. Unser neuer Lieblingsheld. Und er heißt so Wright. Kopieren wir hier mal rein. Wright. Und schreiben ein bisschen Text. Ihr könnt natürlich dann euren Helden wählen. Ist ja klar. So, wir schreiben ein bisschen Text. Hm, was schreiben wir Schönes? Was schreiben wir Schönes? Wir schreiben... Ähm... Wir... sind hier richtig. Nur noch wenige Meter. Bis zur Karottenfarm. Punkt. Ich würde sagen, vielleicht... Ähm... Dreht er sich nochmal um. Vorher. Zu den anderen Leuten. Nach links. Also zu seinen Kameraden, bevor er das sagt. Und das machen wir dann auch noch. Wir doppelklicken einfach auf die Textbox. Und lassen ihn vorher mal umdrehen. Halte ich jetzt spontan mal für eine gute Idee. Bewegungsroute festlegen. Spieler nach links drehen. Und dann guckt er zu seinen Gefährten. Und guckt nicht mehr weiter auf das Schild. Warten bis auf Schluss. Wunderbar. Und... Dann mache ich nach der Glühbirne einfach auch nochmal eine kurze Pause rein. Aber vielleicht nur noch eine halbe Sekunde. Reicht, denke ich mal. Und dann fängt er an zu reden. Und dann antworten seine Gefährten. Beziehungsweise einer davon reicht ja vollkommen jetzt für unser Beispiel. Porträt. Da haben wir Hector. Und neben hier Michelle heißt sie. Ähm... Ich grüße mal alle Michels im... Im... Äh... Als... Ja. Alle Michels, die gerade zuhören. Ähm... So, Michelle. So. Ähm, 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 ähm. So, was hat der Held nochmal gesagt? Damit ich vernünftig antworten kann. Wir sind hier richtig. Nur noch wenige Meter bis zur Karottenfarm. Okay, wunderbar. Ja, dann mal los. Sowas in der Dreh. Es ist sowas von egal. Ihr wisst, was ich meine. Ihr könnt euren eigenen Text, ihr könnt hier einen kompletten Dialog einbauen. Das ist ja eigentlich relativ egal. Und dann fangen wir wieder an mit der Bewegungsroute. Bewegungsroute festlegen. Spieler wieder. Vorschau. Wir fangen aber hier an. Also klicken wir in der Vorschau unter das Schild. Und fangen dann direkt dort an. Wir laufen nach rechts. Dann nach oben. Dann nach rechts. Dann nach oben. Dann nach rechts. Und hoffen mal, dass wir angekommen sind. Wir gucken mal in die Vorschau. Nein, wir sind eins zu früh, ähm, abgebogen. Also wir müssen erstmal ganz am Anfang zwei nach rechts gehen. Oder müsst ihr es eigentlich hinhauen? Also gehen wir hier ganz hoch nochmal. Machen nochmal eins nach rechts. Und dann am Ende nochmal einen Schritt nach rechts. Und dann haut es hin. Am Ende nochmal einen Schritt nach rechts. Ja, ich kann das nicht auswendig wissen. Deswegen dazu ist ja auch die Vorschau da. Wunderbar und perfekt. Haut genau hin. Wir sind dann hier. Da, wo wir hinwollen. Okay. Wunderbärchen. Dann machen wir warten auf Schluss. Und übertragen den Spieler dann auf die andere Map. Einfach Spieler übertragen. Ähm, auf die andere Map. Auf die hier. Okay. Übernehmen. Und damit haben wir unsere erste Szene abgeschlossen. Wir können das Ganze abspielen und mal angucken. Mal sehen. Ich bin gespannt. Ach, stopp. Eins mache ich noch. Ich mache noch ein bisschen Musik. Musik ist immer cool. Also, wir gehen einfach auf die Map. Bearbeiten. BGM abspielen. Ähm, Background Sound abspielen. Machen wir auch noch. Wir nehmen. Als BGM. Fand ich eigentlich ganz cool. Szene 2. Also, die nehmen wir. Die fand ich eigentlich ganz cool. Und. Dann würde ich noch sagen. BGS brauchen wir hier für den Fluss ein bisschen was. Aber da ist mir aufgefallen. Das ist sehr, sehr, sehr laut. Und das mache ich lieber ein bisschen leiser. Und dann könnte ich vielleicht noch die Tonhöhe ändern. Aber das. Ja, wäre jetzt eine Teilarbeit. Machen wir mal ein bisschen tiefer. Und die Tonhöhe. Äh, meine Lautstärke vielleicht noch ein bisschen niedriger. Da muss man dann gucken, wie es einem am besten gefällt. So. Und übernehmen. Und okay. Und ich würde sagen, wir gucken uns das Ganze mal an. Und gucken mal, was passiert. Neues Spiel. Und es passiert gar nichts. Weil. Ich habe natürlich was vergessen. Was ich noch zum Schluss machen wollte. Aber das ist nicht das Problem. Wir müssen den Auslöser nämlich noch auf Autorun stellen. So. Dann kommen wir nämlich auch gleich zu dem Unterschied zwischen Autorun und Parallel. Ganz einfach. Beides löst das Ereignis automatisch aus. Und spielt das Ganze von oben nach unten ab. Und fängt dann wieder oben an. Und spielt es nochmal ab. Und das in Endlosschleife. Und das in beiden Fällen. Was ist jetzt der Unterschied? Der Unterschied ist folgender. Wenn ich bei Auslöser parallel eingebe, passiert genau das, was ich gesagt habe. Das Ereignis wird abgespielt, bis es ganz unten angekommen ist. Und fängt dann oben an und spielt dann wieder einfach alles ab. Und das in Endlosschleife. Und bei Autorun kommt noch eine Sache hinzu. Und das ist folgende. Sämtliche Eingaben des Spielers werden blockiert. Also fast alle. Es gibt eine Ausnahme, aber dazu kommen wir gleich. Ganz einfach. Das bedeutet, dass der Spieler nicht einfach plötzlich anfangen kann, seine Figur zu bewegen. Wenn sie gerade stillstehen soll. In der Videosequenz. Oder er kann halt auch nicht das Menü plötzlich öffnen. Mit Escape. Und dann irgendwelche komischen Sachen machen. Wie plötzlich mitten in der Zwischensequenz speichern oder so. Das ist alles nicht möglich. Und wäre sonst auch ein bisschen merkwürdig. Könnte zu Bugs führen. Etc. Wie gesagt, deswegen bei Videosequenzen immer Autorun. Hier müsste es dann auch stehen eigentlich. Autorun startet, wenn das Ereignis angezeigt wird. Na gut. Ja, ist ein bisschen komisch. Die Erklärung. Wie gesagt, vielleicht ein bisschen blöd erklärt. Ja. Egal. Es blockiert. Und das ist wichtig. Die Eingaben des Spielers. Und genau das wollen wir ja. Wir wollen ja nicht, dass der Spieler selbst spielt. Sondern wir wollen, dass wir den Spieler steuern. Und das ist dementsprechend sehr wichtig, dass wir Autorun machen. Und nicht parallel. Sondern wirklich Autorun. Okay. So, und jetzt fangen wir an. Und es passiert, glaube ich, auch wirklich was diesmal. Ja. Bing. So, und dann dreht er sich zu seinen Kameraden um. Und fängt an zu sprechen. Wir sind hier richtig. Nur noch wenige Meter bis zur Karottenfarm. Ja, dann mal los. Ah, mich schön. So, und wir sind angekommen. Bei der Karottenfarm. Und das war unser erstes kleines kurzes Video. Yay. Wunderschön, oder? Das Problem, wenn ich jetzt wieder auf die Map gehe, dann wird das nochmal abgespielt. Aber diesmal von dieser Position aus, wie ihr gerade gesehen habt, läuft er dann einfach mal eins nach rechts. Obwohl ich das nicht eingegeben habe. Das ist ein kleines Problem, das wir beheben müssen oder sollten auf jeden Fall. Wir machen dazu, und das wird jetzt ein bisschen knifflig, und erkläre ich im nächsten Video nochmal richtig genau. Werdet ihr dann sehen im nächsten Video. Diesmal nur ein bisschen so in Ansätzen erkläre ich das Ganze. Wie deaktivieren wir ein Ereignis? Viele machen den Fehler und machen dann am Ende Ereignis löschen. Das löscht das Ereignis aber nur kurzzeitig. Nur solange ihr auf der Map seid. Wenn ihr die Map wechselt und wieder auf dieselbe Map drauf geht, ist das Ereignis wieder da. Das funktioniert nicht. Also nicht so, wie ihr euch das vorstellt. Das kann ich auch mal kurz demonstrieren. Na ja, kann ich kurz demonstrieren. Klar, warum nicht? Dazu bin ich ja da. Wir machen das mal mit der Frau. Wir sprechen sie an. Ich lösche mal kurz den Text raus. Und dann machen wir ein Ereignis löschen, wenn ich sie anspreche. Und wenn ich dann die Map verlasse und sie wieder betrete, müsste die Frau wieder da sein. Werdet ihr gleich sehen. Neues Spiel. Wir sprechen sie an. Sie wird gelöscht. Verschwindet. Sie ist weg. Ich kann durchlaufen. Alles gut. Ich gehe ins Haus. Gehe wieder raus. Und sie ist wieder da. Ich kann sie nochmal löschen. Und nochmal löschen. Und so weiter. Das ist halt ein Problem. Das wir jetzt lösen müssen. Wie lösen wir das Ganze? Das ist eigentlich ganz simpel. Wir machen dazu eine neue Ereignisseite. Oben gibt es Ereignisseiten. Und dann habt ihr hier Ereignisseiten. Zwei Stück haben wir hier. Gut. Das werde ich wie gesagt im nächsten Video nochmal ein bisschen genauer erläutern. Mit den Ereignisseiten etc. pp. Aber hier mal kurz alles kurz erklärt. So. Wenn wir die Frau ansprechen, dann soll sie nicht Ereignisse löschen machen, sondern sie soll einen Selbstschalter steuern. Ein Schalter kann entweder an oder aus sein. Und wir machen ihn an. Und wir wählen den Schalter A. Es gibt vier Selbstschalter, wie ihr seht. Und wir nehmen A und schalten diesen auf an. Drücken auf OK. Übernehmen. Was machen wir jetzt mit diesem Schalter? Wir haben ihn auf angeschalten. Ich stelle euch das Ganze wie ein Lichtschalter vor. Er ist jetzt an. OK. Und dann gehen wir hier auf diese Seite und machen hier als Bedingung Selbstschalter A ist an. Wenn wir das nicht machen, wird das Ereignis gar nicht auf der Map stehen. Kann ich mal kurz zeigen. Wenn ich jetzt die Bedingung nicht einsetze, steht hier gar keine Frau. Die ist weg. Die ist weg. Schon immer. Ich kann auch die Map verlassen und nochmal neu betreten. Die Frau ist weg. Warum ist die Frau weg? Ganz einfach. Weil immer die höchste Eventseitennummer die aktive ist. Wenn die Bedingungen erfüllt sind. Wenn die Bedingungen erfüllt sind. Und deswegen brauchen wir eine Bedingung. Und diese ist hier der Selbstschalter A. Er muss an sein. Nur dann wird diese Seite aktiviert und diese wird dann inaktiv. Und dann wird die Frau verschwinden, wenn ich sie jetzt mit Enter anspreche. Und weg ist sie. Wunderbar. Der Schalter A wurde angeschalten. Die Frau ist verschwunden. Und das sollte auch so sein. Wir verlassen die Map. Betreten die Map wieder. Und die Frau bleibt verschwunden. Wunderbar. So. Wie gesagt. Im nächsten Video. Im nächsten Video werden wir das Ganze nochmal ein bisschen genauer besprechen. Mit den Schaltern. Nun werden wir damit unsere Videosequenz deaktivieren. Wir machen also ganz am Ende. Einfach hier ein Selbstschalter steuern A ist an. Machen eine neue Ereignisseite. Als Bedingung. Selbstschalter A ist an. Übernehmen. Okay. Fertig. Speichern. Und wir können uns das ganze Intro mal kurz nochmal angucken. Startposition festlegen. Spieler. Und wir gucken uns das Intro nochmal an. So. Jetzt kommt. Bing. Wunderbar. Wir sind hier richtig. Nur noch wenige Meter. Ja, ja. Los, Michel. So. Und wir sind angekommen. Und das Intro wird nicht nochmal abgespielt. Wunderbar. Also er versucht es gar nicht erst. Tun konnte er erst beim letzten Mal ja auch nicht. Er konnte es ja nicht abspielen. Weil ich ja dann gegen die Wand hier gelaufen bin. Und gar nicht zu einem Schild gehen konnte. Weil ich ja schon rechts von der Map war. Aber. Aber wunderbar. Alles funktioniert. Jetzt machen wir noch eine kleine zweite Szene. Weil ich wollte ja nochmal zeigen, wie wir andere Events steuern können. Das machen wir auf der Map 2 und steuern mal ein bisschen die Oma. Lassen die ein bisschen rumlaufen. Das wird jetzt relativ fix gehen, denke ich mal. Und soll nochmal die ganze Sache festigen. Damit ihr das Ganze nochmal ein bisschen besser verstehen könnt. Gut. Ganz einfach. Wir machen hier wieder unser Event oben. Entweder nennen wir es weiterhin Szene 1. Weil hat sich ja nicht groß geändert, die Szene. Oder wir nennen es Szene 02. Gut. Übernehmen. Und okay. Okay, lassen wir weg. Wir machen Auslöser. Diesmal gleich auf Autorwander, damit wir es nicht vergessen. Und kümmern wir uns um die Inhalte. Seite 2. Bewegungsroute festlegen. Spieler. Vorschau. Die Vorschau stellen wir hier auf die Startposition des Spielers. Und wollen jetzt einfach mal hier zwei Felder nach rechts gehen. Eins nach unten. Und dann so lange nach rechts, bis wir hier so stehen. Und dann spricht uns die Oma automatisch an. So wollen wir das. Junge Frau. Entschuldigung. Junge Frau meine ich. Junge Frau. Wie konnte ich nur Oma sagen? Zwei nach rechts. Eins nach unten. Und dann erst mal ein paar Mal nach rechts drücken. Und dann gucken wir mal, ob es in etwa hinhaut. Ja, noch drei Stück. Und dann haut es hin. Oder wir machen noch eins. Und dann läuft sie schon los, die Oma. Damit wir gleichzeitig laufen. Wir sind dann an dieser Stelle. Und dann laufen beide gleichzeitig los. Genau. So machen wir das. Okay. Übernehmen. Machen. Hier warten ist an. Warten auf Schluss. Das ist sehr wichtig. Und dann bemerkt uns die Oma. Die junge Frau. Mensch. Verdammt. Verdammt. Ich meine junge Frau. Gedankenblase anzeigen. Nicht auf den Spieler. Sondern auf Frau. Und da ist es halt auch wichtig. Dass ihr den Ereignissen Namen gebt. Damit ihr hier wisst. Frau. Und nicht Ereignis 1. Ereignis 2. Ereignis 3. Ereignis 4. Ereignis 2. Und dann habt ihr hier 10 E-Vs. Und ihr wisst gar nicht, welche war jetzt die Frau. Es ist wirklich immer praktisch, den Events dann auch den Namen zu geben. in dem Fall Frau, Gedankenblase Ausruf lassen wir und machen das Ganze auf OK und warten nicht auf Schluss und machen dann eine Bewegungsroute, wir lassen die Frau oder wir machen erstmal den Spieler, der Spieler steht in der Vorschau, der steht jetzt an dieser Stelle und wir wollen ihn zwei Felder nach rechts gehen lassen. Wunderbar, eins, zwei und dann haut das auch hin, dann steht er da und dreht sich dann nach oben, nach oben drehen, wunderbar. Die Warten machen wir aus, nicht warten auf Schluss, weil die Oma soll sich, die junge Frau, verdammt der Axt, die liebenswürdige Frau, will sich ja gleichzeitig bewegen und deswegen machen wir Warten aus, machen Bewegungsroute festlegen, Frau und diesmal machen wir Warten auf Schluss, machen einen Schritt nach links und dann drehen wir uns nach unten und tada, dann sind wir hier und drehen uns nach unten. Rot bedeutet drehen und drehen uns nach unten. Wunderbar, und alles funktioniert. Wichtig, wie gesagt, hier Frau auswählen, nicht Spieler, sondern Frau hier oben. Das ist quasi das Ereignis, welches sich bewegen soll. Okay, Frau. Okay. Anschließend könnten wir jetzt einen Dialog einbauen, das können wir eigentlich auch machen. Textanzeigen, Portrait, People, hier die Oma. Warum sage ich immer Oma? Das ist so gemein von mir. Nein, das ist keine Oma, das ist eine liebenswürdige Frau. So, Frau. Und machen wir irgendeinen Text rein, spielt ja keine Rolle. Vielleicht kannst du mir ja helfen. Punkt, Punkt, Punkt. Punkt, Punkt. Und das ist schon der Teaser für das nächste Video. Da werden wir dann unsere erste Quest machen. Yay. Und die Oma, verdammt, da ist dann die Frau. Die Frau gibt uns diese Quest. Okay. Anschließend wollen wir das Video auch gleichzeitig wieder deaktivieren, damit es nicht nochmal abgespielt wird. Aber ich kann auch gleich mal zeigen, was dann passiert. Also, dass das Video nochmal abgespielt wird, kann ich auch zeigen. Wenn man es vergisst zu deaktivieren. Wenn wir schon mal dabei sind, kann ich gleich mal so einen typischen Fehler zeigen. So, blablabla, blablabla, blablabla. Und dann geht es schon los. Wir bewegen uns. Vielleicht müsste die Frau sich zur Seite bewegen. Genau. Vielleicht kannst du mir ja helfen. Und dann, seht ihr, will er plötzlich wieder nach rechts gehen. Und dann geht es auch nicht mehr weiter, weil der Weg hier durch das Wasser blockiert wird. Dementsprechend, wie gesagt, wir deaktivieren das Ganze. Ganz easy. Wir machen wieder ein Selbstschalter steuern. Selbstschalter A ist an. Übernehmen. Machen eine neue Ereignisseite. Bedingung, sehr wichtig. A. Und lassen alles komplett leer. Und dann können wir loslegen. Wir machen mal fortsetzen. Müsst ihr Auto safe geben. Wunderbar. Und, tada, wunderbar. Das ist doch schön, oder? Hat alles funktioniert. Und das war unsere erste Videosequenz. Yay. Yay. So, wie euch vielleicht auffällt, wird hier auch die Musik abgespielt, die hier abgespielt wird. Obwohl ich auf Map 2 gar keine Musik gewählt habe. Das liegt daran, dass, wenn ich mich auf Maps begebe, auf denen keine Musik abgespielt wird, wird dieselbe Musik abgespielt, die bereits läuft. Das bedeutet, wenn ich jetzt hier keine Musik möchte, warum auch immer, dann muss ich auch wirklich Häkchen machen und keine Musik wählen ganz oben. Warum ich auch immer keine Musik haben wollen würde. Aber zum Beispiel könnte es ja sein mit Background Sound zum Beispiel, dass ich keinen Background Sound haben möchte, weil zum Beispiel der Fluss gar nicht mehr zu sehen ist. Und dementsprechend ich das dann deaktivieren möchte. Gut. Nur, dass das auch mal kurz erwähnt wurde, dass ihr das auch wisst. Aber eigentlich sollte das kein Problem sein. Sollte verstanden sein mit dem Sound und der Musik. So. Und das Wichtigste war ja für uns die Sequenz. Die Intro Sequenz. Und die funktioniert vollkommen. Wir gucken uns das Ganze nochmal an. Und freut euch aufs nächste Video. Da werden wir, wie gesagt, dann die erste Quest machen. Neues Spiel. Und da kommt unser Intro. Ping. Wir sind ja richtig. Nur noch wenige Meter bis zur Karottenfarm. Ja, dann mal los. Vielleicht kannst du mir ja helfen. Wunderbar. Und wir haben es geschafft. Und unser Intro ist durchgelaufen. Gut. Einmal komplett angeguckt. Und war doch eigentlich ganz cool. War auch schnell gemacht. Klar, ich habe jetzt eine halbe Stunde gebraucht jetzt für das Video. Aber ihr müsst auch bedenken, ich habe viel nebenbei erklärt. Und die eigentliche Arbeit an sich, das waren vielleicht maximal 10 Minuten. Also, wenn ihr das dann macht und ein bisschen euch reingefuchst habt in die Sache, dann wird das richtig, richtig schnell ablaufen alles. Dann könnt ihr so eine Sequenzen, stundenlang, stundenlange Sequenzen in ein paar Minuten zusammen klicken. Also, was am längsten dauern wird, werden maximal die Texte sein, die Dialoge zu schreiben. Aber das ist ja wieder eine andere Geschichte. Und worum es jetzt eigentlich ging, waren ja die Bewegungsrouten. Und die sind relativ schnell zusammen zu klicken. Vor allem mit der Vorschau finde ich sehr gut. Hier die Vorschau, die ist neu im RPG Maker MZ. Die gab es vorher nicht. Und das finde ich halt wirklich cool gemacht. So, hier müsste es sein. Und das finde ich halt wirklich cool gemacht. Die Vorschau gab es wirklich noch nicht vorher. Das ist der erste RPG Maker, wo es diese Vorschau gibt. Und das macht die Sache wesentlich leichter für uns. Aber so entwickelt sich halt alles immer weiter. Und beim nächsten RPG Maker gibt es dann wieder neue coole Funktionen, die es diesmal nicht gibt, leider. Aber so ist es halt. Und naja. Egal. Tschüsseli. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Video wieder dabei. Und lasst doch ein Abo da. Und in der Videobeschreibung sind auch coole Links. So Twitter, Discord, Steven-Gruppe gibt es auch. Da könnt ihr euch mit mir ein bisschen kurz schließen. Oder mit anderen Leuten aus der Community. Und das ist doch eine schöne Sache. Dann können wir miteinander ein bisschen schreiben. Ihr könnt ein paar Fragen stellen und so, wenn ihr irgendwas nicht verstanden habt. Aber ihr könnt auch gerne hier in die Kommentare Fragen stellen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüsseli. Tschüsseli. Und nicht vergessen, auf die Benachrichtigungsglocke zu drücken, damit ihr das nächste Video nicht verpasst. Ihr wollt doch dabei sein, wenn ich das Video hochlade, oder? Ihr wollt es doch nicht verpassen. Wäre doch schade drum. Das wäre wirklich schade drum. Okay. Tschüsseli. Danke fürs Zusehen nochmal.